Umgang mit der Misere anderer Misere ist eine Notlage, ist ein Elend, manchmal auch eine ausweglose Lage. Wenn du die Misere anderer siehst, dann kannst du überlegen, wie kannst du ihm oder ihr helfen. Biete deine Hilfe an, sage dem anderen, dass du ihm etwas beistehen willst. Vielleicht braucht er etwas Materielles, vielleicht braucht er Unterstützung, vielleicht braucht er auch deine Hilfe, damit du ihm Hilfe besorgst. Barmherzigkeit, Mitgefühl, Liebe, das ist so wichtig im Menschen. Wenn du jemanden siehst, der leidet, der sich in einer großen Misere befindet, schaue, ob du ihm helfen kannst. Mitmenschlichkeit, Barmherzigkeit, das ist ein wichtiger Aspekt, nicht nur auf dem spirituellen Weg.